gut also wir haben jetzt einmal das land war ja genau das müssen so eine unterirdischen gang sein dann haben wir hier noch zwei noch drei immer noch mit fragezeugen gehen wir mal runter ich glaube das kann man nämlich das kombinieren okay ich glaube jetzt müssen wir diesmal hier lang das war das letzte mal verschlossen wo wir hier lang sind hier bauen wir doch schon mal ja das sieht doch gut aus zu dir will ich jetzt wird ausgeteilt das sollte reichen ich bin bereit jetzt jetzt ich bin doch die das ist das ist das ist das ist so ich glaube das gibt ja nur ein weg ich gehe mir erst mal auf den das war's dann noch was draus so hast du noch irgendwie was an magie jetzt muss man wissen auf ein neues geht nicht ok Ach, schon mit denen jetzt auch keine Magie, ne? Ah doch. Ja, nicht schlecht. Ja. Wo ist man jetzt gekommen? Ah doch, hier müssen wir runter. Na dann. Jetzt müssen wir ja eigentlich gleich da sein. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch Mobrinderalien kriegen. Na. Hier haben wir noch ein paar Mobri-Medaillen. Soll wohl nicht so sein. Ja, ja. Hä? War das doch noch so weit weg? Ah, stimmt. Jetzt geht es hier links lang und dann sind wir gleich da, ne? Oh, come on. Oh, okay. Oh, okay. Oh, der ist so weit weg. Der Bisch ist so weit gelaufen. Hä? 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 Wird doch gar nicht mal angezeigt. Ah, da ist es da, oder? Jo. Ah, jetzt wird es lustig. Hallo, Wehmut. Dann hauen wir mal auf die Kacke, ey. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen da bei dem erst mal auf die Beine gehen. So, jetzt gehen wir noch auf den Oberkörper. Ich zähle auf dich. Tch. Wurde schon ungeduld. Ha! Ha! Schön weiter aufsteuern. Ja. Den haben wir ja schon zur Hälfte. Okay. Jetzt müssen wir wieder auf seinen oberen Unterkörper gehen. Wurde schon ungeduld. Los geht's. Ja. Auf den Weg. Teil. Ich bin bereit. Dann übernimm. Wurde schon ungeduld. Na. Oder müssen wir nur auf den Oberkörper Oh nein Oh, wir haben ihn Gibt es das noch was? Erstmal nochmal umschauen bevor wir komplett wieder rausgehen Oh Da hat er ein bisschen Spaß gehabt Da scheint aber nichts mehr zu sein Gut, was soll das L1, ne? Jo Ja, läuft doch Jetzt haben wir es kombinieren können Jetzt können wir das von Weimar abschließen Und haben auch die ganzen Rezepte für den Arzt Aber da werden wir noch nicht zurückgehen Wir machen jetzt erstmal die zwei noch in den Wallmarkt Nope Und schon die nächste Woche für den Barrett Haben wir da jetzt eigentlich schon fertig gelernt Halt Barrett Den haben wir sogar schon fertig Gut, das ist doch schon mal fein Beben der Erde Jetzt müssen wir halt nochmal switchen Hoffentlich hat er da Einen mehr Wir haben jetzt schon vier Slots Fünf Sechs Geil Ich glaube, mehr geht sogar nicht Dann haben wir nämlich beim Barrett schon alles voll Schaden inzwischen So, dann machen wir hier noch Ah ja, natürlich Physische Attacke Physische Attacke Magische brauchen wir nicht Oh ja 13 haben wir noch Dann lassen wir die erstmal Das finde ich aber schon mal richtig Nice Das können wir nämlich Zwei Stück mehr benutzen Ach, wunderbar So, Barrett Behandeln können wir noch leveln Wir müssen ja eh alle grün Komplett leveln Für den Chat Glut haben wir schon fertig gelevelt Frost Gewitter Warte mal Hä Okay Bin ich jetzt aber gerade ein bisschen verwirrt Warte mal Bio müssen wir auch lernen Das haben wir aber schneller gelernt So Gehen wir mal hier weiter Hier waren ja noch zwei Stück Ja Gut Die zwei haben wir eigentlich schon abgeschlossen Die zwei sind hier Das heißt wir haben ja hier jetzt noch einen Kampf im Kolosseum Dann gucken wir mal, dass wir den als zweites machen Dann kommen wir nämlich gleich wieder Zurück zum Ding Ach was, du hast auch eine Aufgabe Da bist du ja Champion Mein besten Dank Alle drei Chocobos sind wohlbehalten Wieder aufgetaucht Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund Hier, das ist für dich Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen Damit kannst du so oft du willst Mit den Kutschen von Sam's Chocobo Express fahren Das ist gut Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme Man muss die Viecher einfach lieben Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte Habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken Wenn du ihnen in die Augen siehst Weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen So, Aufgabe abgeschlossen Also heißt es, wir haben Hier ist nur noch einen, ne? Okay Was haben wir denn hier? Ach Das können wir doch auch noch Tiefer Betty Ein Glück, dir geht es gut Ja Wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar Der geht es blendend Da bin ich aber beruhigt Sagt mal Könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox Mit ein bisschen Musik Könnten wir den Leuten wieder Mut machen Was für eine tolle Idee, Betty Alles klar Wenn wir Platten finden Bringen wir sie dir Dann drehst du ordentlich auf Okay? Wirklich? Vielen Dank Das heißt Wir brauchen bestimmte Platten Hier haben wir schon mal eine neue Ja, haben schon einige Platten gefunden Was ist mit Deutsch? Aber der tut nicht mich genommen Gut Das heißt jetzt müssen wir Platten finden Was ist denn hier lang? Schnelldrang Hier haben wir doch was schon In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient Willst auch entspannen? So, da haben wir doch schon wieder einer Moin Haben wir schon So, Chat Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung Was? Ich konnte wieder neue Materie entwickeln Boah, echt? Oh ja Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf berichten Nichts Neues Gut So, wir haben jetzt Noch zwei offen Okay Was wollten diese So, wir haben jetzt noch mehr Bis zum nächsten Mal